Stolbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt schenkte am Dienstagvormittag Kindern der Stadt eine Stunde seiner Zeit. Im Rahmen des von Märchenland, deutsches Zentrum für Märchenkultur organisierten Veranstaltungsreihe Märchenschaffengemeinschaft, griff das Stadtoberhaupt im Bürgergarten persönlich zum Märchenbuch. Und fragte, wie viel willst du für diesen Ring? Der Ring ist nicht verkäuflich, Herrin, entgegnete die Schweinehirtin. Ich gebe dir dafür einen Beutel voller Goldstücke. Die Schweinehirtin willigte nicht ein. Sie sagte aber, sie wollte ihr den Ring schenken, wenn sie eine Nacht im Schlafgemach des Grafens zubringen dürfe. Die Gräfin überlegte lange. Doch schließlich stimmen sie zu, denn sie wollte den Ring gar zu gern haben. Anschließend stellte sich Marcel Schmidt in einer Gesprächsrunde den Fragen seiner kleinen Märchenfans. Diese kamen aus der Grundschule Albrecht Dürer sowie der International Primary School.